Yes, geil man, okay. Ganz kurz, weil vielleicht werde ich mal das Recording an Team-Mate schicken, ganz kurz. Also wichtig, wir haben jetzt hier gerade, haben wir einfach mal eine generelle, okay, eine generelle Marktsituation. Jetzt einfach nur auf die roten, blau und schwarzen achten, Uptrend, Konsolidierung, Downtrend. In jedem Uptrend, Downtrend gibt es kleinere, einzelne, ähm, gibt es kleine, einzelne, wie heißt es schon wieder, Elliot Waves, okay. In der Impulsphase, das ist von 0 zu A, okay, also dieser Bereich hier, ich zeige es jetzt einfach nochmal kurz, weil wir vergessen haben zu recorden. Ganz kurz, das ist dieser Bereich hier, das ist die Impulsphase, okay, die übergeordnete große Impulsphase. Die kannst du nicht bestimmen, aber im untergeordneten Chart wirst du finden, dass du kleine Elliot Waves hast. Und so kannst du eins und sogar hier zwei eigentlich Einstiege finden. Und jetzt, Sonja, jetzt kommen wir nochmal zurück, jetzt sind wir wieder da. Wenn du jetzt guckst und du merkst, dass, wenn wir doch hier jetzt unsere Support, bisschen ziehen, ups, wir ziehen die mal. So, aber das gefällt mir jetzt nicht so, vom, so wie ich das konstruiert habe. Wir sagen jetzt mal, ja, ist jetzt dumm, wenn es hier schon das Fibonacci, warte, wir machen das so, bam. Ich will jetzt einfach, dass das wirklich, dass man es versteht. So, wir ziehen das ein bisschen hoch. So, also. Perfekt, so ist es perfekt. Wir sehen doch jetzt, Sonja, dass der Markt, okay, der Markt hat noch nicht unser übergeordnetes Fib erreicht. Noch gar nicht. Aber er hat einen, er hat das letzte High and Low gebrochen. Wenn wir hier diese Linie angucken, okay, die blaue hier, dann siehst du doch, dass er hier durchbrochen hat. Das heißt, er hat die Struktur, er hat das Stockwerk, er hat den Boden gesmasht, okay, er hat ihn kaputt gemacht. Das heißt, sehr wahrscheinlich wird der Markt jetzt nicht komplett nach unten gehen vielleicht, aber er wird safe jetzt langsam zu unserem Fib-Level kommen, okay. Jetzt geht er hier wieder hoch und was können wir also machen, wenn wir ein ganz simples High und ein ganz simples Low haben? Sonja, was denkst du, was kann man da machen? Was wäre klug? Man kann den Fibonacci zum, ähm, zu dem High setzen und dann runterziehen? Genau. Das heißt, wir nehmen jetzt unser Fib, okay, das ist jetzt hier nicht perfekt eingezeichnet. So, wir nehmen den dann hier rein. So, und wir haben da, wenn man es jetzt gut erkennen kann, bei mir ist es grün, haben wir doch hier eine kleine, ich mache das jetzt mal in einer anderen Farbe, sonst wird das sehr, sehr, äh, ein bisschen, äh, sag ich jetzt mal, verwirrend. Und machen wir das kurz mal, ist es gut, gelb, siehst du das? Machen wir es mal so, oh, orange, bisschen heller, ja, so. Okay, das heißt, wir haben hier unsere kleine Fib-Zone. Könnte man diesen Einstieg wagen? Yes. Dürfte der Markt aber auch, Sonja ist ja wichtig, der Markt dürfte hier hochkommen, 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 vielleicht das Fib durchbrechen, aber das ist ja nicht schlimm, denn wir haben ja auch einen schönen 10-Pip-Stoploss. Dürfte auch hier an die Resistance kommen, an diese Alte, dürfte. Aber sehr wahrscheinlich wird er dann von hier spätestens hier wieder auch das Low durchbrechen, okay? Das heißt, auch hier wieder Confirmation und wir gelangen somit in unser übergeordnetes Fib-Level, wo wir also wieder übergeordnet den Buy mitnehmen. Okay, das heißt jetzt, wir haben auch hier wieder einen sehr starken, sehr, sehr, sehr starken Trade mitgenommen. Hätten also, wenn ich das mal kurz einzeichnen darf, ich mache es einfach mal so, zeichne das jetzt einfach mal simpel ein, sagen wir jetzt mal, wir hätten das Ganze hier ein Trade mitgenommen, boom, einfach jetzt Beispiel, wir hätten hier den zweiten Trade mitnehmen können, eventuell, muss nicht kann, okay? Einfach, dass es verständlich ist, hätten hier das zweite mitnehmen können, okay? Wieso? Weil wir hier eine alte Resistance haben, die zu Support wird und sprich, hier unten dran war eh das Fib-Level, also sehr realistisch, plus wir hätten hier einen Sell mitnehmen können, wie gesagt, eher für Fortgeschrittenen, your trend is your friend, nicht vergessen, aber man hätte auch hier den Sell, eingehen können, ich mache jetzt einfach mal was so, roundabout, okay, und hätten also bis zum Fib-Level, was ein 1 zu 1, 6, 1 zu 1, 1, 6 wäre, getradet. Wir hätten mit einer Bewegung A, B, drei Trades mitgenommen, plus, nicht zu vergessen, den übergeordneten großen Trade. Und auch hier wieder natürlich gibt es dann kleine Einstiege. Und das könnten wir jetzt vom Tageschart zum 8-Stunden-Chart, zum 6-Stunden-Chart, 4, 2, 1, 30, 15, könnte man überall machen. Es ist immer das Gleiche, der Markt macht immer das Gleiche. Und ich will einfach, dass du somit verstehst, dass du, wenn du jetzt denkst, du hast hier ein Entry verpasst, geh nicht einfach rein, okay, aber geh doch unter geordnet und guck, okay, gibt es da neue Fib-Levels, gibt es da Elliott-Waves, was entsteht. Dann kannst du vielleicht nicht diesen Trade, wenn du den verpasst hast, mitnehmen, aber du könntest einfach hier das Fib ziehen, zack, und könntest somit diesen Trade, macht es jetzt rückgängig, weil das ist sehr hässlich sonst, könnte man hier auch wieder, bam, das Fib ziehen und du siehst, dack, hätte man wieder mitnehmen können. Okay, verständlich? Hast du das so verstanden? Geil. Perfekt. Genau das Gleiche auch natürlich, muss ich jetzt nicht einzeichnen, ich denke mal, es ist klar, aber wichtig beim Downtrend, Sonja, okay, oder guck mal, beim Downtrend sind natürlich das hier, die Impulsphasen. Das hier sind die Impulsphasen. Können wir nicht hervorsagen, aber auch hier wieder könnten wir jetzt fünf kleine, boom, 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 machen wir jetzt mal rot, dack, machen das kurz weg hier, das kurz weg, ähm, hallo? Nein, ähm, so, dack, dack, könnten man jetzt auch hier wieder, wie gesagt, alles einzeichnen, bam, bam, dann hier ein Dreier-Eliot-Wave, bam, bam, und dann hier wieder natürlich Fünfer, dack, 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 und hier wieder, dack, 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 und that's it. So, und was du noch machen kannst natürlich, was lernen wir bei Silas bei einer Konsolidierungsphase? Nicht traden, nicht traden. Wir können hier also eine Box ziehen, könnte man, von High, okay, wieder also von der Resistance eigentlich, man könnte es auch so machen, dass man hier eine Box zieht und dann hier unten, aber so kann man es zu 100% auch machen und du wirst merken, irgendwo gibt das Ganze wieder Sinn. Weil das FIP-Level hier, was man, ich hoffe, du erkennst es noch, von dem schwarzen hier, erkennst du das noch? Ja. Von, genau, von hier nach hier, okay, guess what? Jetzt sehen wir das gleiche, das FIP-Level, hu, wäre genau an dieser Stelle und das machen wir jetzt nochmal pink zum Abschluss. Dack, dack, bam, bam. Und du hättest auch hier wieder übergeordnet diese ganze Impulsbewegung mitnehmen können. And that's it? Hast du das verstanden? Sprich, war das? Ja. Ja? Okay, vielleicht konntest du in gewissen Punkten ein bisschen einen Klickmoment geben. Ja. Natürlich, okay, das ist geil. Wenn du das natürlich jetzt, okay, in den Markt angehst, es ist nicht immer perfekt so richtig schön. Ich zeige dir jetzt mal, wie nämlich so eine Elliott Wave oft aussehen kann. Wir gehen jetzt mal in den 15-Minuten-Chart. Einfach, dass du es mal für dich selbst ziehst. Wir gehen mal in den Stunden-Chart. Sind wir all out. Okay. So, sieht jetzt ein bisschen komisch aus mit dem hier, aber einfach ignorieren. Guck mal. Und zwar... Wir haben jetzt hier... Guck mal. Schönes Beispiel. Wenn wir jetzt einfach mal... Wenn wir jetzt einfach mal... Wenn wir jetzt doch mal gucken... Okay. Wenn wir jetzt doch mal gucken, auch hier wieder, wir haben... Okay, was haben wir? Wir haben hier zuerst natürlich eine Down-Bewegung. Okay. Sehen wir. 100%. So. Was jetzt aber mir den Indiz gibt, dass das ganze Zeug wieder hoch kann, ist nicht irgendwie dieser Balken hier. Den sollte man... Ich mache das hier kurz auch mal weg. Bam. Bam. So. Den Balken jetzt einfach... Machen wir mal so. Ignorieren. Und zwar nicht. Ich werde den schon drin behalten. So. Also. Aber... Wenn wir doch mal gucken. Wir haben vorhin von Marktstruktur durchbrechen. Ich würde jetzt zuerst mal... Ich persönlich würde zuerst mal meine... Markt... Meine Support und Resistance einzeichnen. Mehr würde ich noch nicht machen. Okay. Also ich würde hier zuerst mal meine Support... Okay. Wenn ich jetzt hier gucke... Du kannst ja mal mit dem gestrichelten hier schauen, wie das in der Zukunft oder in der Vergangenheit aussah. Wenn ich das hier mal so anschaue, dann würde ich persönlich jetzt mein erstes Level... Warte, ich lösche das. Das ist voll unnötig. So. Dann würde ich jetzt persönlich mein erstes Level ungefähr... Vielleicht siehst du das jetzt nicht gerade mit Auge. Ich würde es mir hier hinsetzen. Einfach mal so. Okay. Also wir machen kurz mal den Markt zurück, weil ich mache es jetzt mit dir wirklich so zu 100%. Bam. So. Wir haben jetzt den Markt hier nicht mehr. Sehen wir nicht. Wir wissen nicht, was mit dem ist. Wir sind gerade in dieser Situation. Wir sehen jetzt doch hier, dass der Markt richtig oft... Ganz, ganz, ganz oft... Hier. Bam. 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 Das ist der Boden. Okay. Bam. Und dann hier war es. Durchbruch. Retest. Boom. Nochmal. Durchbruch der Zone. Einen Retest. Okay. Er wollte der Zone nochmal Hallo sagen, bis er endgültig nach unten verschwindet. So. Was haben wir also jetzt? Wir haben hier, okay, jetzt auch wieder eine Resistance. Ja, ungefähr. Okay. No. Eine Resistance hier auch wieder. Und dann durchbricht er das Ganze und sucht diese Zone schon wieder. Durchbricht das Ganze? Sehr wahrscheinlich. Ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster, aber sehr wahrscheinlich wieder diese Zone wieder retesten, sprich suchen. Und sehr wahrscheinlich auch, okay, wenn wir das jetzt mal einfach so anschauen, könnte man sagen, ey, ich ziehe jetzt mein Fibonacci, also von High to Low. Und das wäre jetzt ungefähr da, okay, das wäre jetzt in dieser kleinen Zone, okay, einfach jetzt mal zugucken und wenn du Fragen hast, also reinschreien, wieso ich das mache oder so. Weißt du jetzt, wieso ich das gemacht habe? Oder nicht wirklich? Ja, um zu schauen, wann der Markt da reingeht. Guck mal, wir haben hier ein Low. Wir haben hier, also wenn wir hier gucken, wir haben hier ein Lower Low. Wir haben hier ein Lower High. Und jetzt frage ich dich, wo ist unser nächstes Lower Low? Ähm, ja, ich kann es schlecht zeigen. Ich gebe dir einen Tipp, ich gebe dir einen Tipp. Du ziehst eine Linie, hier, du hast ja hier das Low, ne? Da ziehst du jetzt einfach nur eine Line. Okay, ich mache kurz das Kripp weg, weil das irritiert vielleicht ein bisschen. So, diese Zone, die zwei auch nicht mal anschauen, nur jetzt diese schwarze Linie. Wir wandern mit der Linie mit und wir sehen, oh, der Markt hat die durchsprochen. Auch hier wieder Retest, aber er hat sie durchsprochen, okay? Boom. Das heißt doch jetzt, wenn wir sehen, okay, der Markt geht dann aber wieder hoch, wieder hoch und hoch, dann ist das doch ein neues Low. Oder bin ich falsch? Ja, das ist ein neues Low, ja. Das ist ein neues Down, sage ich das mal. Ja, oder? Ja. Okay, das heißt, wir haben hier unser nächstes Low. Und wenn ich jetzt doch gelernt habe, dass man bei Silas seiner Strategie vom letzten High zum letzten, zum neuesten Low oder umgekehrt vom Low zu High, kommt darauf an, wie der Trend ist. Das heißt, auch hier wieder High to Low, die gehen mit dem Trend mit. Der Trend ist direkt, der ist bearish. Absolut am runtergehen. Absolut am runtergehen, ne? So. Das heißt, wir ziehen jetzt was, Sonja? Was denkst du? Ähm, vor dem letzten High, zu dem, äh, runter zu dem Low. Yes. Also zu dem letzten Low. Also, ich persönlich jetzt denke aber, dass wir hier, und so sieht es auch aus, hier wäre ja unser Fibonacci, oder? Hier eigentlich. So. Also. Ist das jetzt generell? Könnte man hier reingehen? Ja. Was man jetzt aber auch noch machen kann. Wir haben jetzt einfach mal unser Fib hier. Okay? Unser Fibonacci. Und wenn man das hier mal so rüberzieht, klar, schön, cool, Support, Resistance auch ein bisschen. Aber wir haben es hier. So. Wenn ich jetzt kurz den Markt, ähm, ja, okay, ich lasse es jetzt so. Aber was können wir jetzt machen? Klar, man kann jetzt hier reingehen, cool, dann ist man zuerst bis in den Minus und dann geht es ab. Klar. Aber wir haben ja auch einen gewissen Stop-Loss. Also, wenn wir hier reingehen, an der 0,5 war jetzt direkt, dann können wir hier mit einem 10-Pip-Stop-Loss wären wir in SL gegangen. Okay? Wäre jetzt nicht schlimm, aber. Jetzt tun wir doch mal einfach unsere Resistance ziehen. Wir haben doch hier ein, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen so, wir haben doch hier eine schöne, eine sehr, sehr, ich mach jetzt wieder pink, dass man es gut erkennt, eine sehr, sehr schöne Resistance. Man kann die jetzt auch ein bisschen dicker ziehen, okay, könnte man jetzt auch ungefähr so ziehen, okay, das ist wieder dir überlassen. Aber wenn ich mich nicht irre, haben wir doch hier eine sehr, sehr, sehr schöne Resistance. Oder man kann es sogar so ziehen. So ist eigentlich noch schöner. Genau. So. Bam. Und wenn wir durch diese hier ziehen, verstehst du, was ich meine? Dann haben wir, hier hätten wir ein Level und hier. So. Jetzt haben wir das Fib plus wir haben die Resistance. Das wäre jetzt bei mir persönlich, bin ich ehrlich, ich selbst würde jetzt, okay, also in dieser Area hier vor allem extrem aufpassen, in dieser Area, also hier. Da wäre irgendwo mein Einstieg. Wahrscheinlich, wenn entweder der Markt das 0,6,1, äh 0,6,1,8, ja, trifft oder sogar die Resistance, weil das ist so nah beieinander, er darf ruhig die Resistance treffen. Das ist Marktstructure. Darf er. Okay, und das musst du. Es kommt mit der Zeit natürlich, wie gesagt, ich will dich jetzt nicht, vielleicht ist es ein bisschen zu viel, aber ich will dir einfach klar machen, dass du die Structure immer im Auge behalten solltest, weil wir sind doch auch hier wieder sehr schön, wie er immer reagiert in dieser Zone. Okay? So. Das haben wir. Das heißt, ein Entry hier wäre schon mal möglich gewesen, muss man aber nicht. Auf was ich jetzt hinaus möchte, Sonja, ist, wir haben hier also, jetzt war es, was ist denn das jetzt hier? Wenn wir hier ein Low hatten, Lower Low, was ist das jetzt hier? Das ist ein Lower High. Yes. Lower High. Boom. So. Das heißt jetzt, wir gucken jetzt mal, was der Markt macht. Der Markt geht runter, runter, runter. Wir ziehen uns jetzt hier wieder eine kleine schöne Linie. Tack. Und was sehen wir hier? Einen Support. Ja. Einen möglichen Support. Aber was hat der Markt gemacht? Hat er die Linie akzeptiert und ist dann wieder hoch oder hat er sie durchbrochen? Er hat sie durchbrochen. Okay. Okay. Das heißt jetzt, wir haben also ein neues Was. Jetzt sind wir das Gleiche. Ein Lower Low. Ein neuen Lower Low. Yes. Ein neuen Lower Low. Boom. So. Und was denkst du, was kommt jetzt wieder? Ein Lower High. Ja. Ja. Und wie können wir das Lower High schon im Vorhinein identifizieren? Ähm. Indem wir wieder zum Lower High, also zum letzten Lower High, ein Fibonacci runter zum letzten Lower Low ziehen. Yes. Yes. Perfect. Boom. Haben wir uns schon eingezeichnet, wie gesagt. Das ist das Schwarze. So. Jetzt wieder. Wir sind natürlich im 1-Stunden-Chart. Und wie finde ich jetzt raus, dass dieser Markt bullisch gehen könnte? Okay. Wie finde ich das jetzt raus? Das ist jetzt die Frage. Wir gucken jetzt also mal. Wenn wir hier auch ein bisschen reinschauen, dann sehen wir doch. Also, wie gesagt, das kommt mit der Zeit. Die ganze, das Auge, dass man das direkt sieht. Aber ich finde vor allem, mit diesen Lower Lows, Higher Lows, zeichnet ihr das ruhig ein. Das für mich persönlich, für mich gibt das gerade viel mehr Sinn. Wenn ich das so sehe, ist doch für mich klar, dass der Markt eigentlich gerade das hier macht. Also, der geht hier runter. Hier. Der macht auch unsere schöne Elite Waves. Ja. So. Und, wenn wir jetzt das FIP ziehen, sprich, wenn wir jetzt hier gucken, wir haben hier zwei Dinge auf der gleichen Linie. Okay. Das zeigt uns schon mal, dass da so ein Punkt ist, wo die Verkäufer sagen, der Markt geht hier nicht rauf, nach unten. Drücken die nach unten. Wir ziehen jetzt also mal hier kurz eine Zone. Diese zwei Punkte reichen uns schon, um jetzt die Zone in die Vergangenheit zu schieben. Und du wirst jetzt überrascht sein, was passiert, denn das ist doch eine sehr schöne Support, auch im Vorhinein schon. Wie gesagt, der Markt macht immer das Gleiche. Was heißt das jetzt für uns? Wie ziehen sie weiter nach rechts in die Zukunft? Ich mache es jetzt mal richtig weit bis hier. Und ich bin überzeugt, dass diese Zone noch eine sehr, sehr relevante Rolle spielen wird, was jetzt kommt. Wir können jetzt also feststellen, dass der Markt gerade eigentlich bearish ist, hat jetzt aber hier natürlich wieder eine Struktur nach oben gebrochen. Offiziell Bullish ist dieser Trend, wenn wir dieses, okay, wenn wir dieses Lower High durchbrechen oder, wir gucken jetzt mal, was passiert. Wir könnten nämlich auch, wir hatten vorhin das gleiche Szenario hier, okay, wir hatten vorhin das gleiche Szenario hier mit der FIP-Zone. Wenn wir jetzt doch schauen, okay, hier, das ist sehr, sehr nah beieinander, würde ich persönlich jetzt vielleicht hier rein, okay, Stop-Loss-Level 100, okay, das wäre jetzt mit einem 1-Stunden-Chart eh wenigstens, okay, aber Stop-Loss-Level könnte man auf jeden Fall, sag ich jetzt mal, ja, ein bisschen so ziehen, plus, minus, roundabout. Und wenn wir jetzt gucken, ob das Ganze aufgeht, mal schauen, okay, der Markt kam hoch, okay, der Markt kam bis... Bis hier sogar zu unserer Resistance, oder? Ja. So, und wenn wir jetzt gucken, wie gesagt, ich weiß nicht, was er macht, oh, was ist ein Zufall. Der Markt konsolidiert nach unten. So, was macht er jetzt? Er hat jetzt, wir gucken mal, was er macht, boom. So, das ist sehr relevant. Dieser Trade, okay, dieser Trade würde ich nur bis zum nächsten Support mitnehmen, so wie ich es eingezeichnet habe. Weil da kann ja der Markt wieder, eigentlich war das nichts anderes wie ein... Wie ein... Es war nichts anderes wie ein kleiner, wie ein Retest, sag ich jetzt mal, plus, minus. Okay? Erstens das. Zweitens, wir haben jetzt diese Struktur hier durchbrochen, okay? Diese Struktur haben wir durchbrochen. Und jetzt diese auch. Das wussten wir hier aber jetzt noch nicht. Wir können jetzt also, okay, wir können jetzt also mal schauen. Erstens, klar könnte man jetzt ein Fibonacci von hier unten nach hier ziehen, was knapp nicht aufgegangen wäre. Oder doch, es wäre aufgegangen, pippt genau eigentlich. Wäre es, wie ihr es vorhin gezeigt habt, er muss nicht immer komplett rein, er kann auch nur... Weißt du, dieses Schnelle. Ja. Das ist wie so ein Häkchen. Erstens, yes. Hier hätte man wieder reingehen können, natürlich. Aber wir haben doch jetzt hier mit diesem, einfach ganz simpel, haben wir also unser Sell mitgenommen. First one. Wenn wir jetzt also gucken, ich ziehe wieder die Zone nach rechts. Denn diese Levels, die bleiben. Die bleiben die ganze Zeit. Okay, die verändern sich nicht einfach irgendwo. Die bleiben gleich. So. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann denke ich jetzt mal, wenn er das jetzt hier durchbricht, dann sind wir offiziell fertig mit dem Downtrend, weil er hat das vorherige Lower High durchbrochen. Weißt du noch vorhin, als ich dir gezeigt habe, wenn es durchbricht? Genau. Und was passiert jetzt hier? Also ich weiß es nicht, ich bin echt gespannt. Wenn wir es angucken, er kommt jetzt nochmal hier nach unten. Wieso? Ich mache kurz das Ganze hier. Warte, ich mache das mal ohne Background, damit das nicht so verwirrend ist. Wenn wir das kurz anschauen, wir haben hier wieder natürlich diese Zone. Sprich, man könnte hier jetzt wieder von Low to High. Ich bin überzeugt, dass er vielleicht hier kehrt und wieder hoch geht. Muss nicht. Oh. Was ein Zufall. Er kommt genau wieder in die Zone und geht nach hoch. Boom. Mal gucken, was er jetzt hier macht. Könnte auch sein, dass man hier jetzt wieder das Fip ziehen kann. Kann auch sein. Wie gesagt, das kommt mit der Erfahrung alles. Dass er hier diese Resistance, was wenn wir sie nach links ziehen. Wenn wir sie einfach mal nach links ziehen. Uh, auch hier eine schöne Resistance ist. Okay. Verstehst du das so ein bisschen? Ja. Und jetzt gucken wir weiter. Also es könnte jetzt sein, dass der Markt sowas macht, hier zurückkommt, hoch. Kann natürlich auch wieder nach hier unten kommen und dann hoch. Kann auch komplett durchbrechen. Was macht er? Er bricht komplett durch. Er hat durchbrochen. Official. Okay, durchbrochen. Das heißt jetzt, wir sind offiziell bearish. Official. Wir sind jetzt bearish. Und was haben wir vorhin gelernt? Weißt du nicht? Bullish? Sorry, sorry. Wir sind offiziell bullish. Sorry. Wir sind offiziell im Uptrend. Was haben wir vorhin gelernt, Sonja? Wir haben gelernt, dass in einer großen Impuls oder, sag ich jetzt, Pullback-Bewegung einer Elliott Wave kleine drin sind. Und wenn wir doch jetzt mal schauen, was haben dann diese süßen kleinen Elliott Waves hier gemacht? Boom. 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 So. Das war die ganz große. Ich mache es gleich, dass man es besser sieht. Die ganz große A-Bewegung. Jetzt muss also eine B-Bewegung kommen. Und dann können wir weiter rum. Oh, oh, oh. Warte, ich mache es so. Okay. Verstehst du, was ich meine? Also diese Elliott Waves. Okay. Wenn ich das jetzt ein bisschen dicker mache, dass man das richtig gut sieht. Boom. Richtig fett. So. Also übergeordnet wieder eine Bewegung. Jetzt lehne ich mich mal so aus dem Fenster. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt das Fibonacci von ganz unten nach ganz oben ziehe, übergeordnet. Das bekommen wir da. Okay, wir sind perfekt im Level. Das ist jetzt also dieses Level hier. Ich zeichne es mal ein. Okay. Das ist dieses Level hier. Wie gesagt, muss nicht, kann. Wenn wir auch dieses Level jetzt in die Vergangenheit ziehen, sehen wir, es ist eine Zone, da ist immer viel Abprallung. Das heißt, sie ist sehr stark. Okay. Sie ist sehr, sehr, sehr stark. Finde ich persönlich. Wenn wir jetzt schauen, wir können auch hier wieder jetzt natürlich ein Entry setzen. Beispielsweise jetzt hier unter dieses, was ich gerne mache, was man gerne machen kann, immer, du siehst ja, hier haben wir ein Low, ne? Hier, das Low, dass man den Stop Loss ein bisschen unter dieses Low setzt. Weil wenn er dieses Low hier durchbricht, sind wir offiziell wieder bearish, sind wir im Downtrend. Aber wir gehen ja davon aus, dass wir eigentlich jetzt im Uptrend sind. So. Das heißt, ich setze hier meinen Entry, mache den wieder, wie gesagt, bis zur nächsten Resistance. Okay. Also bis zu dieser Resistance hier. Wir haben ja hier eine neue Resistance. Oder auch bis zu dieser Resistance da. Hier, ne? Diese Resistance. So, perfekt. Wenn wir jetzt gucken, was macht der Markt. Mal schauen. Wie gesagt, er respektiert diese Level-Salle, die wir eingezeichnet haben. Er muss nicht nach unten gehen. Er muss nicht. Aber er kommt langsam. Er kommt langsam. So, wenn wir das jetzt ein bisschen weiterziehen. Einfach, dass du das im Blick hast mit diesen Levels, weil die sind echt relevant. Du siehst auch hier wieder. So, wenn wir das mal ein bisschen hier hin machen, dann passiert jetzt was. So, es passiert, dass er neue Highs bildet. Wieso ist das jetzt so? Ist das schlecht oder ist das nicht gut? Ist gar nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Er hat jetzt einfach nicht unser Fibonacci respektiert. Okay. Das ist nicht schlimm. Also dann haben wir halt kein Entry. Kein Entry ist der beste Entry, was du machen kannst. Weil du verlierst kein Geld in deinem Konto. Das heißt, das können wir rauslöschen. Und das ist jetzt so halt nicht aufgegangen. Wenn du dich jetzt ein bisschen besser mit dem Fibonacci auskennst, würde ich jetzt von meiner Seite, wenn ich das so sehe, behaupten, dass wir hier das 38.2 Level erreicht haben und wir somit einen sehr starken Trend konfirmiert haben. Was das heißt, das wäre jetzt noch zu viel. Das ist gar nicht wichtig. Aber Oh. Das ist eine Überraschung. Wir haben das 38.2 genau getroffen und sind straight up to the moon. Straight up. Was das jetzt heißt, es ist nicht wichtig für TBX. Allgemein einfach, wenn er hier reagiert und weiter hoch geht, heißt das, der Trend ist gerade sehr stark. Wenn der Markt bis nach hier unten geht, heißt es, der Trend ist jetzt nicht der stärkste. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Für dich sind nur diese Levels wichtig. Okay. So. Das heißt, wir haben jetzt dieses Level nicht respektiert, aber es ist trotzdem offiziell ein Uptrend, weil das 38.2 Level. Auch zählt. Okay. Also, wenn er das hittet und weiter hoch geht, das zählt. So. Und so können wir eigentlich easy die Märkte analysieren, weil jetzt sehen wir doch wieder. Okay, warte. Wir haben hier. Ich mache kurz eine Linie. Bam. Hier haben wir doch unsere Resistance. Die nächste. Die obere. Hier oben. So. Ja. Jetzt gucken wir mal, was der Markt macht. Der Markt macht was? Er durchbricht auch diese Resistance. Das heißt, wir wissen jetzt offiziell, okay, we are bullish. Das heißt, ich mache das kurz in einer anderen Farbe und dann ist der Call eigentlich auch zu Ende, weil ich muss nachher gehen. Ich mache das mit blau. Okay. Blau. Wegen, keine Ahnung, einfach blau. Das heißt jetzt, eigentlich ist das schon hier der Nullpunkt. Hier. Dieser hier. Haben wir hier unser nächstes Low. Wieso ist das jetzt ein Low? Obwohl es nicht in den Fibonacci-Bereich von uns reinging, weil wir ja schon wieder neue Highs gemacht haben. Das heißt hier, das nächste Low nach dem, das unterste ist das hier. Das unterste ist das hier. Boom. Low. Neues High. Sehr wahrscheinlich. Und jetzt machen wir was, Sonja? Von Low to High. Was ziehen wir da? Wir ziehen von unten nach oben Fibonacci. Yes. Und was sehen wir da? Was für ein Zufall. Wir sehen, dass diese Fibonacci... Perfekt. Aber wirklich, noch viel schöner wie... Noch viel schöner wie unsere andere. Wir sehen, dass dieses sexy Fibonacci eine extrem gute, eine extrem gutes Resistance war. Jetzt zu einer Support wurde, oder? Ja. Genau. Das heißt, wir machen hier unser Fib hin. Und jetzt chillen wir zuerst mal wieder eine Runde. Denn wir warten, dass der Markt hier zurückkommt. Und dass wir hier vielleicht unsere möglichen Buy-Entries bis hier, würde ich jetzt sagen. Weil wir nicht wissen, was der Markt genau macht. Dass wir die hier mitnehmen können. Wie du dir den Stop-Loss setzt, ist dir überlassen. Ich mache es einfach mal so. Eins zu eins. Wenn wir jetzt gucken. Was macht der Markt? Der Markt kommt zurück. Oh. Ist in unserem Entry drin. Ist in unserem Entry drin. Boom. Simpel. Natürlich. Praxis immer ein bisschen anders. Aber. Simpel. Ging wieder hier hoch. So. Jetzt können wir schon mal was erkennen. Wir können jetzt was erkennen. Und zwar, wenn ich das jetzt schon weiter gucke. Ich würde jetzt persönlich, ich selbst, würde hier jetzt einfach mal sagen. Ey. Das sieht für mich gerade ein bisschen auch aus wie eine mögliche Konsolidierung. Muss nicht. Kann. Okay. Ich mache das mal ohne Dings. Wie eine mögliche Konsolidierung. Und wenn wir dann auch hier gucken. Okay. Er durchbricht sie jetzt. Okay. Er durchbricht unsere Konsolidierung. Okay. Weiter nach oben. Er muss nicht nach unten kommen. Er kann auch weiter nach oben. Und das heißt jetzt auch hier. Können wir jetzt abchecken. Wie gesagt. Und dann könnte man ab hier die Entries wieder nach oben mitnehmen. Weil er retestet ja. Weißt du. Er will der Zona nochmal Hallo sagen. Bis er weiter. Ja. nach oben geht. Und da könnte man seine Entries suchen. Okay. So. Ich würde sogar eigentlich sagen. Ne. Sorry. Das ist mein Fehler. Ich würde eigentlich sogar eher sagen. Dass wir das so einzeichnen. Sorry. Ganz kurz noch. Wir haben hier ein neues High. Wir haben hier ein Higher Low. Also machen wir jetzt was. Wir zeichnen hier wieder unser Low ein. Würde jetzt aber wie gesagt nicht in ein Sell gehen. Wir sind ja in einem Uptrend. Your Trend is your Friend. Okay. Sehr wichtig. Und wenn wir jetzt also gucken. Okay. Wo ist jetzt unser neues High? Dann sehen wir doch. Das Candle Close ist höher. Wie Candle Close hier. Also ich zeichne dir das. Verstehst du was ich meine? Also. Ja. Okay. Wir haben Candle Close. Hier ist hier unten. Candle Close hier ist hier oben. Das heißt wir haben schon wieder die Structure durchbrochen. Structure. Just Structure. Nicht mehr nicht weniger. Structure durchbrochen. Und jetzt machen wir was also wieder? Unten nach oben ziehen. Yes. Also den Zibonacci. Trading ist sehr langweilig. Wenn man es irgendwann mal drauf hat. Trading ist sehr sehr langweilig. Zwar man macht Geld. Ja. Aber es ist immer das gleiche. Es ist eigentlich immer das gleiche. Und bam. Wir haben hier eine sehr schöne Fibonacci Zone. Und wir gehen wieder hoch. Und jetzt haben wir hier. Für mich persönlich eine kleine Konsolidierung. Jetzt ist die schön. Eine sehr schöne kleine Konsolidierung. Beim Violetten haben wir einen schönen Support. Hier könnte man jetzt noch. Ja super toll. Eine schöne Resistance zum Beispiel hin machen. So sagen wir jetzt mal Beispiel einfach. Damit man es versteht. Machen wir jetzt mal in dieser Farbe hier. So. Siehst du die Box? Oder? Ja. Okay geil. Und wenn wir jetzt gucken. Entweder. Ich kann es dir. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster. Der Markt wird entweder. Macht der jetzt sowas. Retestet. Unser Entry. Nach oben. Oder. Er geht nach unten. Retestet. Unser Entry. Nach unten. Weil wir sind ja am konsolidieren. Da ist alles möglich. 50-50. Wir gucken mal. Was er macht. Oh. 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 Der Markt ist ausgebrochen. Ich mach das weg. Der Markt ist ausgebrochen. Hat hier eigentlich geretestet. Eventuell macht er nochmal ein. Aber. Das wäre eigentlich jetzt schon unser Entry. Um nach unten zu gehen. Und. Wir können jetzt mal schauen. Bam. 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 Was wird passieren? Hat es nochmal geretestet. Und. Et voilà. Der Markt geht wieder. Nach unten. Und was machen wir jetzt? Sonja. Was machen wir jetzt? Ähm. Wir. Das letzte High. Von dort. Ziehen wir. Zum letzten. Low. Ein Fibonacci. Ja. Genau. Für das aber. Dass wir sagen können. Offiziell. Yes. We go. Into the cell. Wir müssen wieder hier. Ganz. Eine Linie ziehen. Ich mach mal diese Linien weg. Die irritieren. Eine Linie ziehen. Hier. Okay. Weil das ist doch das letzte. Im Uptrend noch. Wenn wir die. 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 Jetzt wieder. Ab checken will. War das doch. Hier. Hier. Ja. Ich mach's jetzt so. Bam. 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 Er muss also diese Structure hier durchbrechen. Er muss sie durchbrechen. Und wenn er sie durchbrochen hat. Dann können wir von High to Low. Ein Fibonacci ziehen. Meiner Meinung nach. Okay. Wir können natürlich aber auch. Warten. Dass der Markt doch mal hier zurückkommt. Und dann ihn mitnehmen. Aber ich sehe eigentlich lieber. Wenn ich ehrlich bin. So was. Mhm. Wie gesagt. Er darf das jetzt alles. Wir gehen hier in keine Entries. Denn er darf das. Er hat keine Structure durchbrochen. Wir wissen nicht was er mag. So. Let's go. Let's go. Let's go. Mhm. Bisschen schneller sonst. Er ist auch hier wieder. Also am konsolidieren. Was heißt konsolidieren. Aber er hat noch nicht die Struktur gebrochen. Deshalb wir machen nichts. Boom. Siehst du das wieder? Ja. So. Hat jetzt die Struktur gebrochen. Was machen wir also jetzt. Vom letzten Hi. Was er hier ist. Nicht hier. Klar. Man könnte auch hier. Ja. Ist jetzt eben selbst überlassen. Ob man das jetzt so zieht. Oder wie man es machen möchte. Ich persönlich jetzt würde es so ziehen. Okay. So. Weil er hier schon eigentlich neu. Also low. Tak, tak, tak. Und hier hat er uns jetzt eigentlich wieder. Für den Cell. Okay. Für den Cell. Eine sehr 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 schöne. Struktur gegeben. Und zwar mache ich das jetzt mal. Wieder in rot. So. So. Hier kein. Hier hätte ich nichts gezogen. Ich will es einfach, dass man es versteht. Es ist lower. Und vor allem jetzt hier. Das ist der wichtige Punkt. Wir haben hier wieder die Zone drin. Bam. Und ich denke jetzt mal, der Markt wird solche Moves machen. Muss nicht, kann. Mal gucken, was er macht. Okay. Wäre jetzt ein Stop-Loss-Hit. Wäre jetzt ein Stop-Loss-Hit. Ja. Gibt es. Okay. Ab und zu gibt es das. Ist gar nicht schlimm. Wäre jetzt unser erster Stop-Loss-Hit nach. Wenn ich den ganzen Markt jetzt angucke. Hier hatten wir einen Trade gehabt. Okay. Hier hätten wir wieder einen Trade gehabt. Wir hatten sehr viele Trades gehabt. Okay. Hier hatten wir wieder einen Trade gehabt. Und dann gibt es halt mal auch einen Stop-Loss. Das ist gar nicht schlimm. Das ist alles okay. Okay. Und so wollte ich dir einfach mal klar machen, wie irgendwo krass es eigentlich einfach nur, wenn wir nochmal in den 5-Minuten-Chart gehen, hier oben, es ist eigentlich alles einfach nur genau dieses Beispiel. Immer und immer wieder nur das. Und das, was wir jetzt hier unten gemacht haben, ist genau das. Einfach, dass wir jetzt vielleicht hier, wo war das? Hier, dass wir hier jetzt keine Lows bekommen haben. Zwar, das kann natürlich auch noch sein. Der Markt hat nicht dieses High schon durchbrochen. Das können wir kurz hier markieren, einfach, dass du es hast. Ich sag's mal hier. Boom. Bei dieser Linie hat er noch nicht durchbrochen. Wenn wir gucken, was macht er? Okay. Er hat durchbrochen. Das heißt, er geht jetzt weiter bullisch. Okay? Wie gesagt. War das verständlich? Hast du da, sag ich jetzt mal, ein paar Sachen mitnehmen können? Ja. Okay. Also es hat ja viel vergräufen. Okay, geil. Safe. Das freut mich doch. Sonja, guck. Jetzt ist wichtig, dass wir dieses Wissen irgendwo natürlich auch bei Liberty anwenden. Das war jetzt nur Trading. Bei Liberty hast du halt die Möglichkeit, du hast die Zahlen noch, also den Score 3, 4, 4, 6, 7. Du hast die Indikatoren unten noch. Du hast Currency Strength Meter. Du hast die Wolken. Also du hast eigentlich noch mehr einfach, also noch mehr Sachen, die das Ganze bestätigen. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr stark so. Wollen wir das so machen? Das wird sagen, Demo-Ftmo bis zum 08.10. Trage da, oder falls du es noch nicht gemacht hast, ein Call ein. Falls er schon drin ist, ist geil. Ich weiß gerade gar nicht, zeig mal. Nein, aber mache ich gleich. Kannst du noch eintragen, wann es dir am besten passt. Und dann können wir auf jeden Fall deine Fortschritte abchecken. Währenddessen auch, während der Demo jetzt, falls du Hilfe brauchst oder so, kannst du auch gern dazwischen natürlich etwas eintragen, sowieso. Okay? Ist das klar soweit? Dann würde ich sagen, let's go, Sonja. Man hört. Jeden sehr schönen Abend. Und Peace out. Ciao. Tschüss.